Meine Firma hat eine Billion Dollar investiert, um sie herzubringen. Sie werden nichts tun, außer mich zu informieren. Gibt es irgendeinen Plan, von dem Sie uns nichts erzählt haben? Diesen Sommer könnte die Suche nach unserem Ursprung unser Ende sein. Wenn Sie es nicht aufhalten, gibt's kein Zuhause mehr, zu dem wir zurückkehren können. Prometheus. Ab 9. August im Kino.